Allerdings glaube ich, dass Erwachsene manchmal etwas verwirrt sind und schlechte Entscheidungen treffen, durch die sie im Gefängnis landen. Jungs, wacht auf! Slim wird bald hier sein. Steht auf! Also muss ich meiner Mom und meinem Stiefvater dabei helfen, nie mehr Fehler zu machen und auf dem rechten Weg zu bleiben. Mom! Mom! Weißt du was? Slim lässt mich heute auf der richtigen Straße fahren. Ich vertraue dir. Und er hält mich für einen besseren Fahrer als Lion. Wow! Was machst du da? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Frag mich später. Sieht gut aus. Danke. Unsere Mom ist die Beste auf der ganzen Welt. Sie versucht immer das zu tun, was für mich und meinen Bruder am besten ist. Und wir machen das Gleiche für sie. Sie ist nur leider zu vertrauensselig. Aber ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist.